Und das wird sie auch gleich wieder. Oh, nebenbei noch meine ganzen Laptops durchladen. Ich habe ja derzeit fast zwölf Laptops und die haben alle Akkus. Da ich die halt nicht aktiv nutze, ist klar, bei zwölf Laptops, hä, wer nutzt sich denn zwölf Laptops aktiv? Da muss ich halt immer ab und zu die Akkus laden. Das mache ich jetzt gerade im Hintergrund, damit die Akkus praktisch nicht leerlaufen oder anderweitig. Ach, das Level. Oh Gott. Also, ähm, ja, bei dem Level, wo ich am Anfahren... ...wenn ich endlich viele Versuche, äh, unendlich viele Versuche, um überhaupt anzufangen mit dem Level... Alter, wo ist denn alle? Alter! Was zur Hölle? Aber... ...ich habe es am ersten Versuch geschafft. Was ist denn das für eine geile Scheiße? Hä? Momentchen mal, Leute. Irgendwas ist hier gerade falsch. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade mal verwendet, dass alles in den Halbpland gepämpft wird. Ääh, Gameplay... Nein, Project Brutality... ...Gameplay... Das hier hatten wir eingeschaltet. Oh. Okay. Haben wir schon die ganze Zeit damit gespielt? Ja, ne? Da muss ich auf den Rest verstellern. Oh. Na gut. Spielwelt mit Regeneration. Spielen wir eben regenerierend. Wow, was? Wie, wo? Oh, Alter, Leute, okay. Aus der Zier. Das war dumm. Das kommt nämlich jetzt gerade doch noch raus. Das ist natürlich... Ähm... Nicht gerade so. Nicey-dicey. Von daher... 1,5 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wollte mal kurz gucken. Spiele doch mit 10. Das ist nur noch weiß. Und schwarz. Ja. Die Reihen fahren bleiben rein, rassig. Das ist der Wille. Der Brötchen. Ja, das sieht schon besser aus. Wollen wir noch ganz schön grill? Na, komm her. Ey, also... Nicht immer noch ganz schön grill, sondern jetzt ganz schön grill. Aber... Wer weiß, wie sehr die... Wie sehr die... wie sehr die Sonne noch rauskommt. Na, komm. Hä? Oh. Ach, Mann. Fuck. Fuck. Ich hasse Verschwendung. Na gut. Reicht doch erst mal. So. Äh... War da müssen wir hin. Oh. Was? 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 Ach, meine Kacke. Du wirst dieser Scheiß-Impf hier. Ich fällst ihm. Achso. Da drin ist der Impf. Fuck. Ich wollte noch weiter auf. Ich wollte noch mal die Waffe verwenden. Wobei, jetzt bin ich eigentlich relativ starke Gegner. Von daher sollte ich vielleicht doch bei der... Oder mal gucken, was er noch zu haben. Ähm... Na, die hier. Oha... Nein, nein. Egal. Du, holm, so. Scheiße, geht nicht. Fuck. Komm ich wieder hoch. Oh, alter Leute. Aus jetzt. Fuck. Fuck. So. Gut. Äh... Geht mal so rum. Ich mir so egal. Bitch, please. Ah. Ah. Wie ihr seht, ganz starke Gegner. Nicht gerade solche, mit denen man im Sandkasten spielen möchte. Äh... Wo geht man da geht lang? Ich sollte am besten mal speichern. Weil ich... Boah, äh... Äh... Fuck. 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 Alter, ich... Okay, jetzt speichere ich erst mal. Ja. Bab. 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 Speichern. Ist ja ja... Boah, alter. Das gibt's doch gar nicht. Das wird nicht. Alter, was ist denn das hier? Okay. 12. 22. Ah. Da kommt die mal. Alle brauche herkommen. Äh, hallo? Oh nein. Ah. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was macht denn jetzt so? Äh. 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 Warum bist du jetzt so bösenend? Das macht no sense. Was? Ich kann doch Reserver-Nicht-Stern? Ach, nö. Ach, Mann. Oh, scheiße. Bitch. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, kacke. Der hat einen so guten Lauf. Ach, flucht er. Kacke, kacke. Nicht sterben. Nein. Gott, ja. Es macht flack. Oh, alter. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich wieder hier oben. Und ich kann nicht springen. Komplett nicht. Alter, ist das ein Dreck? Oh, nö. Komm. Das ist doch nicht mal. Mal ja. Das ist doch nicht so gut. So, erstmal speichern. War das gut? Ich schätze wohl, das war gut. Achso, ich bin hier wieder. Uah! Hä? Hier wollte ich hin. Na komm! Was? Digga! Da kriegst du ja... Achso, ich kann mich mit den Dingen auch selber beschädigen. Aber das ist ja mal nett. Das ist ja schlimmer als... Aber wir haben es geschafft. Darauf bin ich stolz. Alter, hier ging es grad ab wie offenbar... Da... Ach, deswegen kamen wir nicht weiter. Weil ich wieder diesen gelben Skulpt da nicht aufsammeln konnte. In meiner... Monstersituation. In meiner Monster... Äh... Monster... Art und Weise halt. Man weiß schon... Okay. Einmal aufmachen... Uuuuund... ... ... ... ... ... ... ... Wo bist du denn? Digga, was war das denn? So, wieder werben halt So, wieder werben halt Nein Ah Fuck, fuck, wo bin ich jetzt hier? Da aber nicht Du skippst da gar nicht Na komm Geht doch Hauli Mauli, Alter Was war denn das? Jetzt bin ich wieder drun Idiot Ich tue mich schon wieder sehr selber weh Aber das geht's doch gar nicht Ach Leute Wieso kann man sich denn in dieser Position selber wehtun? Ich denke mal für die Kinder könnten sich selber wehtun Das wäre zu schön um wahr zu sein Ach du bist nur an der Ich mach mich einfach mal nicht Und dann So, wir haben das mit dem Und dann Oh, Alter, das geht mir doch nicht, ich bin schon wieder fast tot. Ich bin schon wieder fast tot und das wird nicht selber. Oh, Alter. Hä? Das finde ich falsch. Alter, das ist ja... Holy Moly, wer findet denn sowas? Goddammit! So, erstmal speichern. Ja, erstmal speichern. Oh, jetzt hier wäre ein bisschen... ...ääh... 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 ...es geht so gar nicht... ...ach Mann, Scheiße... Der Sprung ist aber auch echt was für Könner, der 5. Generation. Oh oh, okay ich hab Angst. WTF? Da gab's irgendwie mal ne Falle, ich weiß nur nicht mehr wo die ist. Man konnte irgendwo hin und dann hat man sich praktisch in den Reihen telefragt. Ja klar, jetzt nehm ich jetzt mal selber rum. Ach man, Alter, was ist denn los mit dem Springer? Hier? Nein, auch nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Das war's auch nicht. Oha, der Unterfall. Auch nicht. Gott, wo war denn das? Deine Mutter. Das war's nicht. Gott, wo war denn das? Na gut. Wir gehen erstmal hier runter. Und suchen uns mal hier die ganzen Bohnen hier raus. Was? Äh. Man kommt gar nicht überall hin, merke ich gerade. mehr gab's nicht. Ist ja schon fast traurig. Warum wird das? Ja. Das war's nicht. Aber ich werde mich komplett verraten. Ich werde mich einfach nicht verraten. Aber ich werde mich nicht verraten. Lass mich in Ruhe, ich hab Freunde und Kinder. Das war nice. Oh! Nur, meine Wille ist stark. Und das wäre doch das genaue Ding gewesen, womit ich irgendein Telefrags hätte. Hatten wir das doch aufbekommen, aber hier oben irgendwo. Ich verstehe nur nicht ganz genau so jetzt. Cool, nehmen wir erstmal das Ding hier. Dann gehen wir da mal runter. Danke. Dann müssen wir wieder hoch. Geht's hier noch was? Okay. So. Speichern wir mal kurz. Wobei ich ja die blaue Rüstung anhabe. Äh, Quatsch. Diese... Na, hier halt mein... Mein Hazardanzug. So, hier gibt's auch nichts mehr. Na gut. Ja, und genau hier wären wir reingekommen. Hätte ich mir das aber sparen können. Hat aber keine Machteile gebracht. Und das ist jetzt ja das Ende. Von daher würde ich mal sagen. Vielen Dank, dass wir mit Air Pandora geflogen sind. Und dann... Äh... Jo, wie gehen wir uns denn bei Zeiten? Also, ich jetzt gleich. Ihr hier nachdem, wenn ihr das Video guckt. Ins Nacht, du Kacke. Ich weiß schon, was jetzt Level das ist. Ich hab keine Bock mehr. Okay, ich spiel die wieder weiter. Tschüss.